gut dann brauchen wir das gift jetzt erst mal zumindest für hier nicht aber so ich weiß nicht ob die uns jetzt ist das ist das der drummer das könnte der drummer sein die halten uns schon mal nicht auf das ist ja schon mal super können wir noch mal speichern was so ist okay security is always on high on earth Also das müsste eigentlich der Typ hier sein, oder? Der Drama, denk ich mal. Bin mir aber nicht sicher. Ich bin ja eigentlich... Warum kann ich diese Tür nicht schließen? Ich will ihn halt jetzt hier nicht überwältigen, weil du offensichtlich werd ich nur von der Security gesehen. Ähm, drüben wäre eigentlich cool. Kommst du? Na, kommt er nicht. Okay, wo geht er jetzt hin? Fuck, wer ist jetzt der Drama? Könnten alle sein. Bin mir jetzt nicht mehr so sicher, dass er das ist. Fuck. Mist. Gelegenheiten. Diese Gelegenheit ist nicht mehr verfügbar. Ist das klar, das war alles, was ihn, den Anwalt tötet? Dexy Brad, mysteriöse Tonaufnahme von Herrn John. Ich weiß nicht, ob dieser war noch nicht so. Aber man hat zwanghaft mit einer mysteriösen Tonaufnahme von Herrn John. Das allerdings Dexy wäre die Aufnahme dabei an sich genommen. Offenbar zu seinem eigenen Besten. Ich schlage vor, sie besorgen sich diese Aufnahme. Sie wäre vielleicht ein perfekter Köder, wenn ich mein Gefühl nicht trübte. Eine perfekte Chance. Mhm, sie ist auch irgendwelche. Das ist Brad Zimmer. Kaiser Suite Nummer 404 umsehen. Was soll ich vielleicht noch machen? Überraschungsparty für John. Was? Sie dürfen nicht fehlen von der Seven. Okay, das war die Kammerjäger. Mensch, Maschine. Erneuert Romer. Genau, das. The Class. Die konnte waschen verlassen kann. Die Drama namens Able Silver wartet bereits in der Restaurantlage. Genau, also das ist schon er. Ich habe das jetzt noch mal bestätigt für mich. Ich speichere noch mal, versuchen hier zu überwältigen. Auch wenn es vielleicht dumm ist. Wieso kann man diese Scheiß-Tür nicht zumachen, ey? Ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Drama ausschalten soll, ohne dass es ihn gut bekommt. Also den kann ich ja definitiv nicht ausschalten. Also ich wüsste nicht wie. Ich will ihn ja auch nicht töten unbedingt. Ich will ihn ja nur bewusstlos machen. Bewusstlos machen. Aber leider kann ich die Wache irgendwie ablenken. Ist hier irgendwas? Ne, ne? Da geht er wieder zur Bar und dort hin, dort hin. Da geht es auf dich. Das stimmt, da kommt man gar nicht so hin. Okay, da sind wir hier. Nee, da muss ich doch wieder durchleiten. Ja, shit. Oh god. So, die Frage ist, wenn ich jetzt diese Möglichkeit wahrnehmen möchte. Okay, hier wäre das zum Entsorgen. Da ist der Typ. Der andere checkt das doch. Ich kann das ja mal probieren. Brüchen hat richtiges Gift, irgendwie. Go see what the hell that was, would ya? No problem. Hello? Is anyone there? Da ist der Typ. So, der Typ hat es. So, der Typ hat es. So, der Typ hat es ist. So, das ist das. Oh, muss ich jetzt unbedingt hier hingehen? Fuck, ich will nicht... Sssssss Ähm, okay, ich habe jetzt nichts dabei, um den Kuchen zu vergiften oder sowas Also, er hat nur das Brechmittel, aber... Das reicht leider nicht Hä, what the fuck? Ach, der ist in einem anderen Gebäudekomplex, oder? Wo komme ich denn jetzt da hin? Oh shit, hier sind ja überall Leute Gucken wir uns die Information nochmal ein Gesprungenes Glas-Element Glas-Element Der Handwerker überlegen, wie sie es komplett entfernen können So, einer der Roadies Einen Unfall-Vursacht Oh shit Oh shit No, 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 you don't see me Ach, man Überall sind hier Wachen Shit Jetzt komme ich hier nicht durch Hey, no doubt about it Oh wow Yo, Chef Okay Okay Das machen wir Gut The cross will be here shortly And I dare say Ratengift Brechmittel ist das halt nur Scheiße Ja Vielleicht kriege ich das so irgendwie hin, mal gucken Man schaut Și Spannend Da ist nur Es ist Ah Da ist ein Segel Was ist das eigentlich? Auf Mary Crew Was kann ich denn mit der Propan-Gas-Flasche machen? Keine Ahnung was man mit der Propan-Gas-Flasche machen kann Wir wünschen euch ein Happy Birthday Wir wünschen euch ein Happy Birthday Wir wünschen euch ein Grand Day Wir wünschen euch ein Jahr Wir wünschen euch ein Jahr Wir wünschen euch, Jordan Happy Birthday Oh, well shit fellas Look, I mean Das ist ziemlich decent von dir Don't mention it, darling Have a taste It's vegan Yum Oh, vegan, huh? Alright You guys went through a lot of trouble, huh? Oh, no, no, no It wasn't us Your father ordered it My father? Oh, yeah Yeah, yeah He was real particular I mean, everything had to be just right For his son's big day, huh? Did he not? Oh, no 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 It's perfect You even got the dates right The Algerian ones that I like Oh, what an asshole Hmm I don't even feel so good Oh, it's up to something's nice I think I think the cake Um, okay Thanks for doing this, guys But why don't we give Jordan a little bit of space now? Okay? There's a peptida Oh, she was trying to say This is... This is not good Make way Okay Uh Could you go somewhere else? So, okay Speichern mal ganz kurz Was mich wundert ist Das letzte mal, als ich die Über... Both targets down Now head towards an exit Both targets down Ja, whatever, dude Just get out of my seat Okay, oh shit Von dem muss ich aufpassen Der könnte mich erkennen Gibt's hier vielleicht einen anderen Weg runter? Ja Ich hab ja immerhin die Karte gefunden Aber ne, hier geht's nicht runter Gibt's hier irgendwo runter? Ich glaube fast nicht Oder? Nee, hier geht's auch nicht Ach, damn you So Oh, jetzt, bitte nicht entdecken Bitte nicht entdecken Okay Cool, cool 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 Shit Shit Okay Boah, wow Girl Cool Cool V Duke Zuge Zach Awesome Okay Da sind die Kamerjäger unterwegs Komm schon, beweg dich da weg, bitte. Bitte, bitte, bitte. Wie lange quatschen an die Weiber schon wieder? Dann suche ich mir einen anderen Ausgang. Dum-di-dum-dum-di-dum. Ich liebe diese Ausgangs. Hey. Das küsst mich, Sir. Eine Woche später. Das küsst mich, Sir. 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 Das küsst mich. gut also wir haben diverse ausführung erfüllt das zum schluss mit dem hauptziel das war natürlich ein bisschen unschön und nicht so elegant weil naja einfach schossen aber ich hatte halt die option zum wirklich das gemacht 4000 für nächste stufe ja das ist mir eigentlich egal welche stufe ich bin ehrlich gesagt okay cool also da haben wir das nun erledigt das war dann die folge in thailand bzw im bangkok genau gesagt außerhalb von bangkok das hotel dann warten wir mal auf nächsten monat ist die nächste bis nächste episode rauskommt beziehungsweise dazwischen und falls es da noch erlöstes targets gibt werde ich die natürlich auch noch spielen so werden wir die zeit fern ist mir die zeit erlaubt dann erstmal vielen dank fürs zuschauen insbesondere an lennart natürlich der hier heute dazu gestoßen ist ja und dann bis zum nächsten mal heute Abend